Servus YouTube und Freunde des gepläten Gamings, hier ist euer Mario von Wolfshul. Ich heiße euch herzlich willkommen zu der Zusammenfassung von Tag No Mario 6 und im Hintergrund seht ihr schon wieder einen Missionsabschluss. Das dürfte, soweit ich weiß, Weizen sein und haben auch einen schönen Zeitbonus kassiert mit 102.000. Wir sind inzwischen klar, dass bei den Missionen das Geld inzwischen zu viel ist, es könnte auch weniger sein, aber durch Sechsen verdient man auch noch mal so viel Geld, also werden wir die Missionen jetzt wahrscheinlich eh nicht mehr so viel machen. Jetzt sind wir gleich beim Rashen gewesen, das habe ich allerdings alleine gemacht. Da ist Rapsfeld noch fertig. Das war, soweit ich weiß, da keine Mission mehr, also konnte ich mir da schön Zeit lassen mit dem großen Case. Es gibt, jetzt habe ich das auch schon auf Motorrad gesehen, auch in den exakten gleichen Case, nur ohne Terra-Track Reifen oder ohne Kettenfahrzeug, Fahrzeugkettenrauben. Das ist eine schöne Sache, denn mir gefallen die nicht so. Und so wie ich das gesehen habe, gibt es auch den Nihollen schon mit normaler Bereifung. Die werde ich mir demnächst sicherlich mal holen, wenn ich mir dann den kaufen würde, weil mir das doch einiges lieber ist. Die sehen exakt gleich aus, nur einfach die Reifen anders als wie original, also macht das keinen Unterschied. Aber das fährt sich sicherlich einfach schöner und diese Terra-Track-Bereifung, also wenn die weg ist und dann normale Reifen oder eben Doppelreifen, hier sind die Drillingsreifen vorne, das sieht doch schon geil aus. Aber trotzdem ist das ein Mordsgerät. Da geht schon einiges rein. 12.330 Liter, soweit ich weiß. Aber das reicht auch schon nicht mehr, der ist auch bald voll. Also Balle mit 13,70 Meter ist ja das natürlich recht schnell. Da muss man sich da ran halten. Ich will es auch schon ausleeren. Ihr seht, das hat, habe ich ausgeblendet, ist vielleicht für euch so schöner anzuschauen. Das ist glaube ich in 70 bis 80 Prozent des Videos, der Videolänge der Fall. Bei manchen ist es vielleicht kurz an, weil ich es benötige, zum Beispiel im Ächseln. Dazu kommen wir aber jetzt. Ja, ihr seht schon, wir hexen das Gras auf unserem Feld 40, dass wir zu einer Wiese umfunktioniert haben, damit wir gleich am Busch da eine Wiese haben, von der wir schön, ja, schön gleich Gras verwenden können für die Lage und einfach so. Entweder wir mit Grasballen machen oder so, kann man alles gleich in der Nähe machen, muss man nicht weit wegfahren. Und jetzt werden wir eben mit dem Krone Big X 1100 und dem Easy Flow Cutter oder Easy Flow Front, ja, Mehrwerk ist es nicht, dass halt die Schwaden aufnimmt und das schön häxeln. Der Junge fährt ein deutscher Traktor. Das müssen dann richtig hohe Schwaden sein. Die Schwaden sehen allerdings wirklich ein bisschen, also ich habe die Schwaden ja, glaube ich, zweimal zusammengeworfen, also die müssten eigentlich dementsprechend hoch und dick sein und sehen aber hier total mickrig aus. Es kommt zwar sehr viel zusammen, weil der Hänger bei zweieinhalb Zeilen schon voll ist, trotzdem ist das ärgerlich, weil man wünscht sich da schon, dass das schön voll ist und schön satte Schwaden da sind. Na, ist leider nicht der Fall, aber gut. Ich möchte euch vorwarnen, heute dreht sich eigentlich fast alles nur ums Häxeln, dazu kommt auch ein relativ langes Let's Play von uns beiden, ja, über ein Viertelstunden haben wir das, glaube ich, gemacht, also werden wir das auch in mehrere Parts endeteilen, vielleicht drei oder vier, mal schauen. Wie lange ihr denn ein Video ertragen könnt, müsst ihr dann mehr ansehen. Ja, und es gibt wieder einige Multiplayer-Bugs, bisher haben wir jetzt, glaube ich, schon vier, also gut, dass es bei mir ab und zu auf dem Server lag, obwohl ich eine Hunderttausender Internetleitung habe, liegt halt daran, dass es auch nur beim Laufen ist, also wenn du aussteigst und die Person, also mit deinem Avatar oder mit deinem Screen eben rumläufst, dann lagst du einfach, aber das ist, wenn du in ein Fahrzeug einsteigst, komischerweise nicht so. Also, das habe ich festgestellt, das ist fast bei jedem so bei mir und war aber bei mir auch bei einem anderen so. Zweites Problem ist, dass der Füllstand vom Anhänger, da wo man das auslädt, erhöht sich das ja und vorne und weiter hinten, so wie ihr es hier seht, ist es halt natürlich niedriger. Das sieht man, soweit ich weiß, im Multiplayer nicht. Also, glaubt der Jojo, wenn der jetzt bei mir im Multiplayer ist, sieht der das nicht. Oder Kings kurz mal schon, auf jeden Fall hat das auch gemacht, das wäre die zweite Sache. Das dritte Sache ist, die Schwaden verschwinden nicht. Er sagt, die Schwaden sind bei ihm immer noch da. Also, wenn ich die Schwaden aufnehme, sind sie bei ihm hinterher noch da. Der dritte Fehler, der vierte Fehler wäre, bei den Forsten, bei den Bäumen, bei den Tannenbäumen, dass man, wenn man die entlastet, dass das nicht jeder sehen kann, sondern dass das nur wer sieht, der sie entlastet. Das heißt, jeder müsste die Bäume selbst entlasten. Oder halt, wenn zwei Leute, drei Leute, die dann aufladen und sowas müssten, die das alle einzeln machen und einzeln entlasten, damit die dann halt nur die Baumstimme sehen. Das ist echt sehr lov. Ja, und das vierte, was eigentlich richtig nervt, denn der Radlader für die BGA fasst nun mal nur 6.400 Liter. Das ist einfach so. Und wir haben den zweiten gekauft und wir wollten dann eigentlich zu zweit, nachdem wir vorhin gehäckselt haben und fast schon zwei Silos vollbekommen haben. Das eine war dann schon völlig zu gern. Aber das seht ihr dann eh. Nach dem Grashäckseln kommt auch dann das große Unternehmen Mais häckseln. Und das, glaube ich, 24 Stunden lang, also in der Spielzeit. Das war echt das Riesenfeld, das seht ihr dann eh gleich. Und eben hatte dann Jürgen auch das Problem, dass die Schaufel vom Radlader, wenn er die Silage aufgekippt hat, die hat sich wieder nach unten gekippt, automatisch. Also die ist, als würde die keine Halter im Haken und wieder nach unten fallen. Und das hatte natürlich dann zweimal Pech, dass er dann die Silage ausgeschüttet hat, obwohl er das gar nicht wollte. Er hat gar nichts gemacht und trotzdem ging die Schaufel einfach runter. Er hat es zwar dann danach irgendwie vorsichtig geschafft, also sobald er den Arm vom Radlader nach oben geschwenkt hat, ist die Schaufel runtergefallen. Ohne, also das ist auch wieder so ein Multiplayer-Bug. Es sind jetzt schon vier Dinge, die doch wirklich nerven. Ich würde doch gerne darüber hoffen, ob nicht Giants oder ob nicht die doch so einen Multiplayer-Patch machen können, möglichst bald, dass das zumindest die meisten Dinge da behoben werden. Und das Wichtigste wäre halt doch schon mal gut, dass jetzt die Schwaden liegen bleiben. Das kann doch nicht so schwer sein. Das sollte man schon beheben. Wenn das möglich wäre mit dem Entasten, wäre das wirklich auch eine super Sache. Und das mit dem Füllstand auch. Natürlich nervt das mit den Radlader Schaufel auch. Ja, dann ist es sich eh noch mal schwerer, weil ich weiß nicht, ob ich es vergessen habe oder nicht. Denn das nervt wirklich. Man kann nicht zu zweit ausladen. Und gut, man hat die 20.000 Liter, die in diesen Tillage-Schredder vom Kliegel reinpassen, hat man schnell voll. Das wären dann vier oder fünf Schaufeln. Ein bisschen was geht ja auch wieder runter. Ungefähr 100 Liter pro Sekunde. Trotzdem, zu zweit könnte man einfach anfangs gleich aufladen und könnte dann wirklich die zwei stehen lassen. Dann ausladen hätte man schon wieder 13.000. Also zu zweit wäre das wirklich positiv. Aber jetzt habe ich hier, bin ich hier im Dolz drinnen. Die Jöne sieht abends wirklich genial aus. Was mir ein bisschen auffällt, ist, dass die Wiede einfach so viele, so viele Volumen und sowas hat. Das ist einfach unrealistisch und unnatürlich. Das müsste ja schon eine spezielle Wiese sein, wo der Bauer das gezielt angebaut hat mit so vielen Gräsern und Gräserarten und sowas. Jetzt seht ihr hier noch einen schönen Bug beim Rohr vom Grunde. Der hat dann irgendwie die Textur beim Ausladung nach hinten geschwenkt. Und bin ich jetzt, glaube ich, auch voll. Ein bisschen was geht aber noch. Weil ich mag es wirklich gern ohne Hut zu fahren, weil das ist so schön aufgeräumt, auch wenn ich nicht aufnehme. Allerdings ist es halt so, dass beim Hexen und sowas müsstest du schon das immer anhaben, wenn du schauen musst, wie so ein Füllstall aussieht. Aber wir sind voll und kippen das gleich zu den Kühen in das Silo, in das Silage-Silo. Das ist jetzt schon gefüllt mit einem Anhänger, glaube ich. Das ist jetzt der zweite. Und da rechts sehen wir den Case Puma, den wir auch gekauft haben. Also ich kann ja mal aktuell jetzt den heutigen Stand unserem Fuhrpark aufzählen. Wir sind jetzt, glaube ich, bei sechs Traktoren. Wir haben Case Puma, 160 PS, Same Fortis, 190 PS, von dem ich ein bisschen enttäuscht bin, weil er so klein ist, wo er doch 190 PS hat, und so eine kurze Schnauze. Dann Lamborghini, 220 PS. Deutz, diesen, den wir hier sehen, 263 PS. Den New Holland T8, 320 mit 320 PS. Und den Case Magnum mit 380 PS. Also kann man sagen, zwei, also wir haben zwei in den 100 PS Bereichen, also 160, 190, dann 220, 260, 65, auch zwei in den 200 PS Bereichen und dann auch zwei mit 320 und 380 in den 300 PS Bereichen. Ist eigentlich schön gestaffelt. Also wir haben alle Größen da. Also wir haben ein Mittelschwervertraktor bis Großschlepper, würde ich jetzt mal den Ding bezeichnen, den Deutz. Und das andere sind dann, die Kategorie, das sind ja auch einfach und sogar 40 PS. Monsterschlepper. Kann man nicht anders sagen. Jetzt muss ich aber hier noch ein bisschen verdichten, damit das gleich einen schönen, dafür das jetzt schon erledigt haben. Denn wenn wir hier alles voll schütten, dann sind wir vielleicht bei 50%, dann darfst du richtig lange verdichten. Und es geht jetzt noch einfacher, wenn du erst einmal zwei Anhänger drin hast. Jetzt glaube ich doch schon 50% vom Silo waren das doch dann der dritte Anhänger. Geht schnell. Da gehen dann nur 300.000 rein. Bei den PGA-Silos gehen 600.000 rein. Also mal vier wären das dann 2,4 Millionen. Soweit ich mich weiß, als wir damals noch die MIG-Map-Zelle gezogen haben, gingen in ein Silo 2 Millionen rein. Also kommt das ungefähr so viel hin, wie in einem Silo ist damals. Also naja, aber es ist doch wirklich einiges. Also vor allem mit Schaufeln, dann bräuchte ich jetzt wirklich, ja nicht 60 Schaufeln, an die 55 Schaufeln pro Silo, mal vier, 220 Schaufeln pro Silo, äh, pro komplette vier Silos. Also das ist heftig. Ja und jetzt, meine Freunde, jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Jetzt wird gehäckselt, meine Freunde. Und zwar unser Riesenfeld, kombiniert aus Nummer 22, 27, 32 und 33. Epische Geschichte. Ich bin im Deutz, mit meinem Bergmann Silagewagen. Der Jolo ist am häckseln. Ich schätze mal ungefähr, der Jolo hatte circa 40%, ne, 35% gehäckselt. Der Manni circa 50% oder sagen wir mal eher 45% und ich dann um die 20%. Ich kam dann ganz zum Schluss und dann werden wir auch durchgewechselt. Also bin ich eigentlich dann doch die meiste Zeit gefahren, aber hat mir eigentlich schon sehr Spaß gemacht. War hier ein Schnitt drin, aber das stört uns jetzt nicht. Ich hatte hier eben auch das Hut aus, um einfach die Schönheit des Deutschs und überhaupt der Aktion zu genießen. Einzige Problem war dann eben noch, dass man immer schauen muss, wenn ich voll bin. Also ich das hat wieder einblenden muss, aber sonst war das alles in Ordnung. Dauert halt doch schon eine Zeit, bis der voll ist. Aber wir haben das, ihr werdet das im Verlauf des Videos und der Videos dann noch nicht genug kommen, sehen, dass wir wirklich also ein perfektes Timing hatten. Das hat so oft wirklich auf 20 Sekunden genau oder teilweise wirklich perfekt gepasst, als ich voll war. Natürlich, meistens war es so, dass Manni immer ein bisschen warten muss, weil er mit dem Kröger Agroliner fuhr, der 45 Tonnen fasst und mein Werkmann, Silage, Kipper oder Wagen eben 55 Tonnen, also 10 Tonnen mehr. Und deswegen musste ich mich immer echt beeilen, aber ich habe es eigentlich so gut wie immer rechtzeitig geschafft. Also das waren wirklich dann 30 Sekunden, die dann der Jo immer kurz stand, also das war wirklich perfekt organisiert. Das Feld ist eigentlich auch perfekt, weil die BGA wirklich nicht weit weg ist. Natürlich, desto weiter wir beim Feld kommen, desto kürzer wird der Weg zur BGA und desto schneller sind wir auch und dann hat es wirklich dann immer locker gereicht oder immer dann gepasst. Solche Bäume sind immer gefährlich, wenn ihr den Helfer irgendwas machen lasst, dass der da nicht stehen bleibt. Ja und das Umdrehen zu zweit ist auch ein bisschen blöde. Sieht man, jetzt habe ich glaube ich, ich kann es jetzt nicht genau entziffern, ich glaube 77% und der Money ist schon da. Also da ist es locker gereicht, obwohl wir jetzt gar nicht getrödelt haben. Da war er wirklich schnell. Und aktuell haben wir jetzt, habe ich jetzt schon wieder die Hälfte vom ersten Silo reingeschüttelt und vernichtet. Und ja, heute, also am Tag, ist das heute dann der siebte Tag, genau, haben wir es heute eine Woche, stimmt, heute ist Mittwoch, am Donnerstag kam das Spiel raus, also haben wir heute eine Woche. LS15 und heute werden wir sicher auf jeden Fall Gülle fahren, mit dem Tun haben wir was. Wir haben alles organisiert, wir haben jetzt inzwischen unseren MAN Truck oder LKW und das, ich glaube, ich bin voll, oder? Ja, ich bin voll und ich düse gleich weiter. Liegender Wechsel, klappt ja perfekt. Und, ähm, ja, ich weiß jetzt nicht genau, wo ich stehen geblieben bin, irgendwas wollte ich noch sagen. Jetzt ist es mir leider entfallen, aber es kann wohl dann doch nicht so wichtig gewesen sein. Jetzt drehen wir gerade wieder drüber, weil ja immer so, der Manni immer so kurz stoppt, wie der Gas gibt, weil er würde nicht wissen, dass es ein Camp-Mod gibt. Aber das seht ihr dann auch im Let's Play, da, das sorgt für einige Lacher bei uns. Ja, wenn ich nicht so viel geschrieben hätte, wäre ich auch eine Minute schneller. Ich wollte eben noch sagen, dass wir schon 50% vom ersten Silo haben, das geht wirklich schnell. Und gut, wir haben jetzt das Riesenfeldweil jetzt ja nicht ganz fertig. Wir hatten schon einen kleinen Teil Körnermais daraus geerntet für so eine Mission. Also sage ich mal, es wird sich vielleicht hinkommen, wenn das ganze Feld gedroschen wird oder geerntet wird, schätze ich mal, also gehäckselt, sagen wir mal nicht geerntet, geerntet wäre dann das Falsche, gehäckselt, dann wären wir ungefähr bei zwei vollen BGA-Silos. Also das Feld und wir werden dann noch, ich glaube, Feld 35 und 37, wenn ich mich nicht täusche, die da so links unten bei der Map sind oder links seitlich, die sind auch übereinander, die werden auch kombinieren, im Umfeld 36 und... Oh, warte mal, 35 und 37 kombinieren und... Nein? Ach, scheiß drauf. Auf jeden Fall 36 und 37, da wo Bäume dazwischen sind und das andere ist, glaube ich, dann 35 und irgendein anderes. Nicht doch, auf jeden Fall sind die auch nebeneinander, also jeweils zwei Feld, die wir auch noch kombinieren werden, die auch in der Nähe der BGA sind und das große, da werden wir wahrscheinlich immer Mais säen und dann 15, 16 immer Raps, das Hochfeld wird dann immer Weizen oder Gerste sein und dann 34 und 39, das rechts an der Seite der Karte ist, da werden wir dann immer eben auch Weizen oder Gerste, je nachdem. Also, dass wir quasi etwa die gleiche Menge Raps, Gerste und Weizen immer parat haben, falls wir eine Vision kommen, überhaupt einfach, dass wir alles da haben und eben dann doch 50 bis 60 Prozent Mais. Okay, sagen wir, ja, durchkommt man schon auf 60 Prozent bei den riesigen Feldern. Ja, 60 Prozent Mais fürs Hexen einfach. So, und jetzt noch ein kleiner Schritt, da habe ich uns der Money kurz getroffen. Wir haben eben unseren Code ausgemacht, also wenn man bei 95 Prozent ist Linklicht an und bei 100 Prozent kurz huken, dann weiß man das sofort. Und der Jörg musste jetzt doch wieder warten, also noch läuft es nicht so ganz perfekt, aber trotzdem, das könnte auch ein anderes Feld sein, wo man dann wirklich drei oder vier Minuten auf einen warten muss, da wäre dann mit vier Leuten natürlich noch besser. Aber das ist wirklich Wahnsinn, was da alles zusammenkommt am Hexen. Das ist echt total. Das ist ordentlich. Ist vorne, Kinder. Oder die werden mit 30 gebaut oder sowas? Ja, okay, mit 30, aber mit über 20 hast du das schon da können. Trotzdem, wir diskutieren wir gerade über die Leute, die wir schon aus den früheren Landwirtschafts- Immunatoren kennen, die dann mit, damals war es noch möglich, dass man wirklich mit hoher Geschwindigkeit arbeiten auf dem Feld verrichtet hat. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel Grubbern, Säen und Grubbern, Säen, Pflügen und natürlich auch Ernten, also den Mähdrescher, die dann wirklich mit viel zu hohen Temperaturen, sorry, ich spreche von Wind, die dann mit zu hohen Geschwindigkeiten fahren. Also es gab da Leute, die mit 20 kmh, nein, mehr als 20, 25 kmh da irgendwann geerntet haben oder, oder, nee, nicht geerntet, gesät haben und geerntet. Also, oder noch schneller. Also das finde ich echt für den Arsch. Also solche Leute, weiß ich nicht, da kann ich nicht ernst sehen, man könnte gleich GTA spülen, weil, wenn sie es vielleicht mal hohe Geschwindigkeit wollen, dann sollen sie doch GTA spülen oder irgendein Rennspieler können sie dann rennen, bis sie in der Wand sind. Also wäre das eher das Perfekte für sie. Man hat einfach bei der LumberJub nur mal seinen sinnvollen Geschwindigkeitsbereich und danach bringt nichts mehr. Keiner wird mit 15 kmh ächseln, das wird einfach nicht der Fall sein. Gut, man kann hier nur mit 9 kmh ächseln. Ich würde sagen, man kann noch bis 10 oder 11 kmh gehen, dann ist aber Schluss. Also 1, 2 kmh mehr wäre noch in Ordnung. Das macht schon mal noch ein bisschen an der Geschwindigkeit was aus. Aber 9 kmh sind auch in Ordnung. Und 9 kmh beim Dreschen sind natürlich sehr in Ordnung, ja. Wenn das das Maximum ist, dann ist das in Ordnung. Es ist auch mal so, bei uns, wir haben ja jetzt so Felder mit, keine bis mittlere Felder, also keine großen wie in der Gleboe Vorpommern oder das Gleiche. Also doch, sind wir im alten Vorland. Also sag ich mal, bei uns erntet man mit 5 bis 6 kmh eigentlich. Wenn es gut geht, mal 7, aber das ist dann auch so die Grenze. Also sag ich mal, mit 9 ist man eh gut bedient. Am Anfang sind wir nur mit 7 kmh gefahren, aber das passt mit 9 jetzt auch, sag ich mal. Und alles andere, gut, 10 ist definitiv zu schnell mit 19 kmh, der Helfer macht das leider mit 19 kmh, das ist einfach scheiße. Da würde 15 kmh reichen, denn schneller wird das auch nicht sein. Also 15 kmh würde ich auch sagen, ist egal mit welcher Größe von Sämaschinen und mit welcher PS-Leistung und nicht sinnvoll über 15 kmh und genau das gleiche mit dem Grubbern. Mit Grubbern kann man schon wirklich mit 15, das stimmt, 15, 16 kann man mit einem Großflächengrubber wirklich auch am Feld rüberrasen, das ist 15 kmh und 16 kmh das ist wirklich schnell, wenn sich das einer mal auf dem Feld ansieht, das ist wirklich schnell, also in der Realität. Auch Pflügen, 10, 11, 12 wird auch noch gehen, also, aber ich sehe, wie gesagt, 15 da ist, sollte eigentlich Schluss sein. 14, 14, 15 sollte wirklich Schluss sein, also 4 kmh weniger wäre das auch wünschend wert. Beim Mähen des Krims, da kann man natürlich auch schneller fahren, obwohl es auch hier ein bisschen realistisch ist. Und ich habe jetzt genug, weil ich noch nicht voll bin, das war jetzt ein Nummer weniger von mir, aber wir haben jetzt gerade 96, 97, 98 und es ist nicht mehr hingegangen, aber ich bin trotzdem gefahren, denn ich hatte so gut wie 99% das eine Prozent da jetzt umzudrehen, nee, da fahre ich gleich. Das wären jetzt 700 Kilogramm, die mir jetzt da fehlen, bis der Anhänger voll wäre, also da scheiß mal wirklich drauf. jetzt muss ich Zeit mit mir vorlaufen auf 30 und düsen gleich wieder zu big, ja. Aber ich kann euch wirklich sagen, freut euch auf das letzte Play, das war echt gut, also da haben wir das hat echt so Spaß gemacht, da haben wir das wirklich dann über eine Stunde durchgezogen wollten, eigentlich nur so ein kurzes 20 Minuten und Ding machen, aber ist da doch mehr draus geworden und alles nur häxeln, also kann man das wirklich schön unterteilen, damit man, würde euch das mal in mehreren Parts anschauen können und so verfolgen können. Aber das ist wieder so im Let's Play-Skill vielleicht nicht ganz so hirnrichtig bescheuert oder halt so naja, ich sag mal vom Sprachgebrauch nicht so kindisch wie damals mit Flow beim LS13, aber wenn man zu zweit das Spray macht, ist das einfach viel besser als alleine, wenn man alleine unterhält sich nur selbst und kann mit keinen Diskussionen finden und so was und das ist zur Zeit auch immer sehr gut. Wir reden auch über die neuen Sachen im LS, was er gut gemacht hat, was nicht als Neuerungen auch. Ich empfehle euch wirklich anzuschauen, ich werde wahrscheinlich heute den ersten Teil noch hochladen, bin ich mir ziemlich sicher, muss ja da Gott sei Dank nicht viel schneiden. Und jetzt oben, ich glaube haben wir hier beim Sido jetzt vielleicht nicht. Ich verteile das immer recht gut gleichmäßig also ja Striche hat, dass das Rebs hergericht hat, oder unterhalten uns ein bisschen über diverse Themen über das Handwerk und Brücker. Das ist vielleicht immer ein bisschen schwer, dass man eben, weil ich sag mal, wenn ich nur den Motorsand aufgenommen hätte, das geht ja leider nicht, wenn ich über Skype rede, dann nimmt einfach alles auf. meine Stimme hört man dann auch. Also sag ich mal, wenn ich dann mal kurz nicht rede, nur heute rede ich ja wirklich die meiste Zeit. Also muss ich dann doch die anderen Stimmen die man im Hintergrund hört recht leise machen. Und in dem Fall auch den Fühlsang recht leise. Ich würde nicht so schlimm. Ich sag aber wir kriegen zwei Sinusführer reden, nicht mehr. Da Bauer wahrscheinlich nur ein Unfall auf dem Weg oder da wird vor der Schmeißfädler oder was. Wann steht in der Todesanzeige? Wann lag er lag schweren Depressionen? Nein, nein, ich bin zugrafen gelöst. ich wollte unbedingt rausfinden, wie der Tempomat eigentlich funktioniert. Ja. Frage, ein Tempomat habt ihr es nicht? Frage, was für ein Witz? Oje, ein Knickerlswitz habt ihr es nicht? Hm? Ein Knickerlswitz, ja. Ein Knickerlswitz. Hätten sie auch bei 95 Prozent? Also wer von euch das jetzt verstanden hat, Kompliment, das war ziemlich richtig schön bayerisch. Ein schöner Dialog, den glaube ich wollte ich jetzt nicht nachkommentieren. Schnee mit dem Weg von Weißfädeln immer näher ane kommt. Exakt. Aber das ist gar nicht mehr so viel, gell? das ist echt nicht mehr viel. Das 33er schneit sehr so. Ich meine, ist das Partysil noch voll. Und man strengt nicht. Okay, voll ich aus dem Kurven nicht mehr gut. Aber wenn man 34 kann einer der ist geil ist zu. Du bist da oder auch das ist vielleicht im Haar. Weil das ist eine Spur das Weißfädeln führt. Ich möchte auch noch kurz die Story erzählen mit diesem, was er vorhin gehört hat auf bayerisch. Das kommt dieses Frage, diese komische Laut kommt auch von unserem Lehrer damals. Und hat immer danach eine Frage gestellt und gefragt irgendwas. Und zuvor immer Frage. Und der war halt so ein üriger bayerischer Typ irgendwie. Und dann mussten wir auch immer lachen. Das habe ich dann auch meinen Freunden erzählt. Seitdem sorgt das immer regelmäßig für einen Lacher. Aber ist jetzt schon eh lange nicht mehr eingefallen. Also war das jetzt mal wieder ganz belebend. Und das andere, weiß ich nicht, ob ihr das verstanden habt, Knächerlsuiz. Habts ihr es nicht. Knächerlsuiz ist nichts anderes als Knöcherl oder Knochensülze. Sülze würdet ihr ja kennen. Ist jetzt nicht unbedingt lecker, also mir schmeckt es nicht, aber gut. Dem schmeckt es gerne. Und ja, im Haft-Nurz heißt das eben Frage. Knochensülze habt ihr nicht da. Habt ihr nicht zufällig da. Und auf bayerisch eben Frage. Knächerlsuiz habt sie es nicht. Da fällt mir auch ein, ich hätte eigentlich schon Lust mal ein bayerisches Let's Play zu machen. Okay, das habe ich vorher schon erwähnt. Nee, aber das wäre echt mal was. Beim Landwirtschaftssimulator würde das gut reinpassen. Schauen wir mal. Aber es wird ja zumindest Oberpfalz reden ja auch noch anders. Aber wir in Niederbayern reden eigentlich urbayerisch oder richtig bayerisch als hier Niederbayern geht es eigentlich nicht. Nach kommt Oberbayern. Also das ist jetzt auch noch recht ähnlich zu Niederbayern. Der kurz danach und wünsche euch dann mit dem Let's Play dass dann die Tage oder die Parts die in die Tage kommen viel Spaß. Ich hoffe euch hat die Zusammengefassung heute gefallen. War mal wieder was anderes. Diesmal halt fast nur Hexen. Aber weil uns das so begeistert hat haben wir eben nur das gemacht. Vor hast dann gar nix gemacht. Kommt aber die Tage auch wieder. Dann macht es gut. Ich wünsche euch viel Spaß noch beim LS Zocken. Ciao euer Wolfsrudl.